ja hallo und herzlich willkommen zu einer runde minecraft zwei games ich dachte mir ist echt lange nicht mehr gekommen muss ich mal machen da da mich jetzt gerade wirklich kein bock auf minecraft dachte ich mir egal dann mache ich das halt und ja wir spielen einfach mal eine runde zwei games auf der m2 game 6 ich werde dann dort hinten nach hinten laufen jetzt muss ich meine kiste holt die abschleiß start man das nervt ich habe so oft sprint bug leute ich habe es einfach ich habe so geisterben okay lassen wir in ruhe lassen wir in ruhe egal ich werde ich habe drei kisten übersehen oder egal das kann passieren so jetzt auch eine kiste und die habe ich erst übersehen so ja irgendwas würde ich noch sagen aber das fällt mir hoffentlich später ein ich habe es was wichtig ist so kiste 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 warum kommt die keine kiste sollten ewig viele kisten sein da geht doch wo sind gar nicht so wenige kisten da rein da alter ich weiß gar nicht ob gold besser ist das leder ich ziehe es mir trockener mann so habe ich meine ich habe keine kiste übersehen und da oben kommt im kopf dann gegner egal ein steilschwert ist ja schon mal was schönes für anfang gleich so am anfang in der ersten kiste in der ich reingucke steilschwert und ja ihr werdet an meiner stimme hören ich bin sehr verschnupft beziehungsweise ich habe ich hoffe das sagt man bei euch auch so ich bin relativ krank und damit meine ich eher für sich physisch krank also habe schnupfen muss viel husten und zweitens wort aber das bessert sich hoffentlich bald wieder eine kiste ich werde jetzt war schon 1200 leute im schiff der geiler für erst ein schiff wenn die kiste nicht ausgeräumt dann weiß ich dass ich der erste hier bin ich dachte schon tja immer muss mal prüfen ich dachte es ist das war kein falsch haben in meinem ersten sind das schon ja scheiße okay falsch hat auch weiter aber dann muss ein gefallen aber das ist egal alles muss mir eingefallen naja vielleicht war es doch kein falsch haben und drin aber ich mich halt umgedreht egal ja eine frage wollte stellen schreibt in die kommentare falls noch dran seid wollt ihr battlefield 4 beta haben oder nicht ja oder nein wollte es haben oder wollte es nicht das sollte ich euch noch unbedingt irgendwie fragen keine kiste da vorne so ich sehe auch keine gegner und es lag gerade ein bisschen das könnte aber auch an meinem internet liegen ich bin mir nicht ganz sicher hat ha hallo hallo mann ja ich gehe ich runter warum sind ich habe noch keine kiste gesehen im ganzen Schiff doch gestalt werden meine Hose das ist auch praktisch Alter ich kann gerade total nicht reden es liegt echt daran dass ich so schnupft bin sind wir überhaupt besser na egal ja ich habe den chainboot unten na meine recht meine rüstung ist sogar extrem gut ich bin gerade total gut ausgerüstet und da oben ist ein gegner den werden wir uns schnappen aber komm runter kleiner komm runter jetzt liegt es sich doch das kann mir egal sein ja komm na komm na was war da ist los junge pvp fail er macht blockhitten hilft ihm nichts so ich hoffe da kommen jetzt keine gegner da oben wird das hübschen gewesen sein ne war nicht hat er da irgendwas sehe ich da ein namensschild ne hat er da irgendwas besonderes beziehungsweise essen ja ein eisenhelm äh essen 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 eisen oder so nicht ne hauptsache ein bisschen essen ohne pilzruppe kann ich mir grafen und es regnet gerade bei mir draußen ich hoffe man hört es nicht durchs mikrofon das wäre schlecht das war extrem dumm ich habe mich auf die lebensanzeige geguckt und fiel mir auf auch scheiße ich habe viel weniger leben das war sehr blöde nicht gut ja ich habe keinen bogen das heißt ich kann mir gerade nicht so richtig helfen junge so ich muss jetzt gut an land kommen und dann weglaufen bzw soll ich ihn mehr holen nein laufpack jay komm so den hätten wir er hat einen geilen brustpanzer und den bogen ich werde jetzt werde ich gleich von hinten überrascht ich brauch den scheiß bogen junge wenn ich den bogen so ein brustpanzer ja hier war ich glaube ich versuche mich auf das nächste schiff ihr seht ich bin kein profi im pvp ich dachte nicht dass ich diesen kampf hier überlebe ich habe auch extrem oft daneben geschlagen so wie viele gibber sind noch hier auch es ist gleich deathmatch ok ok rüstung extrem gut dann bogen habe ich auch hier eine bogen so dann ja was besseres erkenne ich gerade nicht ja pilzzuppen habe ich glaube ich keine pilze nope tja pech ja dann wird schon hier wer gewesen sein vermute ich mal der nimmt das nicht mit alter coprebs kann man immer brauchen ich meine ich kann es nicht wirklich gut benutzen aber egal so mal gucken wo die gegenseite sind einer muss noch sterben dann ist deathmatch verarschen wir den mal ein bisschen ich mach team ok ja ok keiner fragt nicht dass er etwa etwa genau ich rede österreichischen mund hat muss ich mich entschuldigen dafür nicht dass er etwa fragt wo ich sein könnte oder so er will einfach team machen fucking genius vielleicht wird man damit im deathmatch team unterlegen Leute Goldsache gedroppt was soll denn das ja alter heute leute ein kein kopf wird benutzen zum kisten aufmachen das ist immer schon mal zur tödlichen Falle geworden ohne scheiß jetzt zehn Jahre eine aufnahme habe ich mal mit dem mit dem ziel der kiste geöffnet bin danach gestorben wenn man gerade ist ein für Pilzuppen oh ich konnte es ja nicht aufsammeln und wo ist die Schüssel jetzt so wo ist der rote Pilz jetzt alter egal ich brauch die Pilzuppen nicht Die Aussage wird noch beräumen. Egal. Ich will echt keine bessere Rüstung, nö. Ein Steinschwert. Ich meine, mit dem Steinschwert am Anfang war er schon mal echt nice. Ich dachte, die erste Runde ist total für den Arsch, weil ich eben Sprintbug hatte am Anfang. Aber, hm. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ich spielen soll. Mehr Minecraft oder etwa B4 Beta. Oder, ja, mir Smarter. Es sind wieder mal zwei Folgen verloren gegangen, weil mein Mikro da gefehlt hat. Beziehungsweise Fraps. Muss ich mich nochmal entschuldigen bei euch, aber das werdet ihr schon noch mitbekommen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ich bringen soll, oder was euch gut gefällt, oder keine Ahnung. Wie viele Pfeile? Vier. Vier Pfeile. Ich bin mir ganz sicher, dass ein Gegner ein Eisen- oder Dierschwert hat, aber... Egal, das ist jetzt... Egal. Egal, es ist eben egal. Ja. Da ist zwar Essen dabei, aber das ist mir auch egal. Gleiches Kisten-Refilled. Ich bin alleine im Spawn, das finde ich nicht normal. Warum bin ich hier alleine? Nein. Was hat der für ein Schwert? Steinschwert. Äh? Mann! Oh fuck. Hat er sich gerade umgebracht? Nein, hat er nicht. Mann, Junge, lang hast du nicht mehr zu leben. Ja, so. Das ist gar nicht so eine scheiß Runde, muss ich sagen. Deathmatch-Counter. Essen, essen, essen. Scheiße, ich muss mich regenerieren. Ich muss regeneriert sein in 50 Sekunden. Hat er zwei Eisen oder sowas? Nee, hat er nicht. Wurden die Kisten eigentlich schon refilled? Nee. Da ist er unten eigentlich, genau. Ich wette, jetzt überrascht mich ein Gegner von hinten. Und, ja, ich muss mich zwar noch ein bisschen regenerieren, aber egal. Ich habe aber keine Pfeile fürs Deathmatch. Hey, YOLO. Der Maple Rocks will ich, glaube ich, Team machen. So, ich mache jetzt einfach mit dem Team und dann dränge ich ihn beinhart um. Dann erlege ich ihn einfach mal so. Aus dem Hinterhalt. Hoffentlich. Nein, der gehört dann zu mir, der Maple Rocks. Wow, lass mich. Alter! Junge! Junge! Der hat mich gerade so weggekampft. Nein, du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Nein! Alter! Hackt der Junge! Ja. Der hat mich total weggemacht. Und der hat mein Eisenschwert. Alter, der hackt doch! Egal, ich gucke mit einem Endfight. Das macht man an. So. GWLP gegen den hier, da. Und, ja, der macht ein Team. Mir ja egal gewesen, der hätte ein Team gemacht. Das hätte ich sowieso nicht überlebt. Und wer hat mich da... Der hat mich da so weggekampft. Alter! Der hat mich so wegge... Okay. Jaki, WLP. Das ist nicht gut für dich gewesen. Und damit verabschiede ich mich auch. Blue Extreme hat gewonnen, indem er mich total hart weggekampft hat. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Musik Musik Bis zum nächsten Mal.